mein name ist sieht und das heutige video geht um ein neues projekt von mir und zwar fange ich an sachen zu tauschen ich möchte mal gucken wie weit ich damit komme und dokumentiert das ganze hier mit einem quasi blog auf youtube heute beziehungsweise aktuell geht es dort um den numack n4 dj controller dj controller für serato und virtuell dj und den tausche ich gegen irgendetwas gleichwertiges oder mehrwertiges jedenfalls etwas was ich gut weiter tauschen kann wenn du da interesse daran hast dann packe ich natürlich hier in die infobox einen link zu der auktion beziehungsweise der ebay klein anzeigen anzeige und dann kannst du mir darüber eine anfrage stellen beziehungsweise ein tausch angebot machen und dann geht es natürlich hier auf dem kanal schnellstmöglich weiter mit dem nächsten tausch und dann zeige ich euch gegen was ich als nächstes tauschen wo das ziel ist naja gucken wir doch einfach mal wie weit willkommen grandios wäre natürlich ein auto oder ein haus aber wir wollen die ziele mal nicht zu hoch stecken falls du kein video von dieser reihe verpassen willst empfehle ich dir diesen kanal hier zu abonnieren dem video daumen nach oben zu geben und vielleicht schreibt sie hier in die kommentare schon mal drunter was dein tipp ist wie weit ich kommen werde mein name ist sieht und drei zwei eins deins bis zum nächsten video ciao